Hallo, ich bin Raphael Hellmann und ich arbeite als Customer Service Engineer bei Alstom. Ich habe mein Bachelor-Praktikum bei Alstom in Charleroi gemacht und wir in der Zeit gemerkt, dass mir die Arbeit bei Alstom sehr viel Spaß macht. Ich habe mich dann direkt im Anschluss im Berliner Büro beworben und bin seit Mitte 2021 Teil des Teams. Ich arbeite als Customer Service Engineer. Wir vom Service Engineering sind für viele Belange der erste Ansprechpartner unserer Kunden. Ich persönlich bin für die Instandhaltung zuständig. Dabei analysiere ich Kundenanforderungen, erarbeite Konzepte zur Erfüllung dieser Anforderungen und stehe dabei im ständigen Austausch mit unseren ProjektleiterInnen und Kolleginnen aus der Produktentwicklung. Die Klimakrise hat gezeigt, dass wir nur mit einer starken Schiene unsere Ziele für nachhaltige Mobilität erreichen können. Alstom liefert dafür smarte, innovative Lösungen und ist bestens im Markt platziert. Die Arbeit in einem internationalen Team und der Kontakt mit unseren Kunden ist jeden Tag aufs Neue spannend und gibt Raum für eigene Ideen. Kommt zu Alstom und gestalte mit uns die Mobilität von morgen.